Heute haben wir Schnickschnack Schnuck und zwar jeder bekommt drei Chips, aber nur drei und wir spielen ganz einfach Schere, Stein, Papier, zwei aus drei. Dann werden wir gucken, wer die meisten Chips hat und wenn ihr so guckt auf dem Gelände hier, haben einige schon richtig viel zusammen bekommen. Ich bin leider ganz schön abgezogen worden, also ich fahre nicht so gut, aber gibt auch andere hier. Ja, guckt euch oben viel Spaß und noch einen schönen Tag. Hallo, ich bin Jacqueline und ich bin hier in dem Münstrum in der Kunstwerkstatt Teamerin. Wir machen alle Sachen, die mit Kunst zu tun haben, aber am meisten so Skulpturen aus zum Beispiel Stein oder ganz klassisch mit Gips. Wir haben auch eine ganz große Skulptur gemacht und zwar unser Giraffamehl. Das ist eine Mischung aus Kamel und Giraffe. Die Kinder sind immer sehr fleißig dabei, am meisten Tiere oder andere Sachen aus Gips zu bauen. Die malen die auch total gerne an. Die haben auch alle sehr kreative Ideen, also Sachen, auf die man selbst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Also ja, das ist immer sehr schön, hier zu arbeiten. Danke.